Liebe Gäste, ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Also ich bin ja, was würde ich sagen, ich bin fast überwältigt. Wenn das ansatzweise hier so bleibt, dann sehe ich da einen guten Zugruf entgegen. Aber das hängt natürlich immer auch von den Gästen ab. Ihr müsst hier immer wieder herkommen, dann läuft das hier auch. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Ansonsten erstmal zu meiner Person. Ich heiße Daniel. Wenn ihr den Nachnamen interessiert, Daniel Benzmann. Aber Daniel reicht mir eigentlich. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch wirklich alle den ganzen Abend, solange ihr hier seid, alle richtig wohl fühlt. Dass ihr alle schön bleibt. Und dass es schön wird. Noch schöner wird. Dann haben wir hier unsere Band. Wie heißt sie? Monkey Train! Monkey Train. Aber ich glaube, die ist ja schon unbekannt ohnehin. Ich weiß ja schon, ja. Da haben wir ja nichts mehr zu sagen eigentlich. Ja, und dann lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, trinkt einfach ein bisschen weiter. Das Freibier muss weg. Come together right now over me. Ich bin 1961, noch ein bisschen weiter. Musik 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 I can see planning now, the rain has gone I can see all obstacles in my way Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I'll stay in my ground and I won't back down. Yeah, but I know what's right, like I just won't let you know. And in a world that keeps on pushing me around, I will stay in my ground. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I'll stay in my ground and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, baby, I'll stay in my ground and I won't back down. No, no, I won't back down. Yeah, I know.